Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digis Adventure, dem Event Magische Tiere und der Mine durchs Klaus Basislager. Da geht's rum. Gut, dann geht's. Gut, dann geht's. Achso, ja, den kann man jetzt da hin. Okay, gut. Ich mache den mal so rum. Ne, da komme ich nicht hin. Aber so komme ich da rum. Okay, gut. Ähm, da muss er hin. Ähm, ich kann den... Ne, das geht nicht. Den muss ich da rum. Den muss ich da rum. Und den... Muss ich da rum. So, und dann geht's jetzt hier weiter. Okay, und weiter. Und dann geht's. Und dann geht's. Okay. Okay. Uh-hmm. 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 So, dann lässt er mich auf die Seite gehen. ich mache zuerst den hier ich hoffe dass ich da nicht unbedingt mir alles selber in den Weg stelle ich muss gerade gucken wo kann ich ich glaube es wäre nicht verkehrt den da hinzulegen könnte sein dass ich irgendwas davon noch brauche den roten brauche ich da ja ok entschuldigung das heißt dann kann ich jetzt hingehen und kann mit den stellt sich jetzt nur die frage ich könnte ich könnte den den mal da rüber ok dann kann ich den da hin schieben gut ok gut ja und zwar dann machen wir den einmal so dann kann man auch direkt darüber drehen so das geht ok ok ja dann kann ich da eventuell das hätte ich mir fast gedacht aber dann machen wir den anders und zwar so rum ok ok so dann brauche ich jetzt noch den roten das geht nicht ok wird es dann genau ok so den stelle ich dann darüber so ok und da mache ich so geht es weiter ok so geht es weiter okay so so Okay. Das war das. Das war das. Okay. So. Kokosnassaft. Da ist nichts mehr. So. Dann geht es noch darüber. Okay. Kann ich dich? Ja, kann ich. Okay. Und du gehst einfach hier gerade runter. Okay. Gut. Gut. Okay. Okay. So. Dann schien wir da rüber. Okay. 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 So. So. Einmal zum Schatz. So. 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 Dann kann ich den nehmen. und den nehmen. Und den nehmen. Okay. Okay. Dann geht es da wieder raus. So. Und den nehmen. So. Okay. Okay. So. Einige Zweihter sind die ausgegeben. not für die Zweihter stehen mit hinten. auch einétaisai mit der schnaupper große obtenaust! Okay. mal gerade gucken das ist nur der eine ja und ja 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 war gerade etwas irritiert zack hat sich die frage ob ich damit durchkomme das dürfte nicht so wirklich funktionieren das geht nicht okay gut ja dann doch dann kann ich ihn hier darum ziehen ihn darum dann kann ich den den da zurück nach anzeigen 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 da komme ich da wieder zurück wenn man dann die steine auf seite geschoben hat es sieht aus ob die steine nur zum nerven da sind okay so dann kann man jetzt da wieder eine schiffspielung schiffspielung aha disco kugel okay dann habe ich irgendwo ach da unten da haben wir noch etwas vergessen da okay da haben wir noch etwas vergessen da ähm pass auf dann kann man den darüber schieben einmal zweimal ähm zweimal na dreimal da und so was war das okay dann geht's da war jetzt dann geht's da war jetzt da ich kann den aber auch so rum machen so na so das war die disco kugel okay damit war es das damit sind wir da durch so jetzt dürfte man alles haben okay diskokugel zack du kriegst das letzte teil night time of my night okay das war das dann bedanke ich mich für euch fürs zusehen lasst mir ein like und ein abo da folgt mir auch auf meinem gaming kanal Toto spielt auf youtube und auf twitch bis zur nächsten folge und tschüss sagt der Toto durch das das des dem Untertitelung des ZDF, 2020